Hallo YouTube, grüß dich, ich bin's Harkon und heute gucke ich mir ein Video an. Haha, das hättet ihr nicht von mir gedacht, aber ich komme immer wieder mit etwas Neuem um die Ecke. Heute gucken wir vom Herr Ritter. Heidi Klum geht zu weit. Da kann ich ja nur sagen, Buh, Heidi Klum, Buh, das reicht so langsam mit dir. Rein ins Video. Klum. Dieser Name ist in Deutschland, sagen wir, nicht ganz unbelastet. Regelmäßig, Jahr für Jahr, eskaliert das Netz, wenn eine neue Staffel GNTM an den Start geht. Ja, die wievielte ist das jetzt? Die 30. oder so wahrscheinlich. Also es ist faszinierend, weil man weiß eigentlich jedes Jahr, dass die komplette Show von vorne bis hinten komplett abgekatert ist. Dass da Werbung wirklich mies drin platziert wird. Dass jede der Mädels irgendwie drei Mental Breakdowns pro Sendung hat. und dass Heidi Klum die finanziell aussaugt, bis von denen nur noch irgendwie so ein nasser, labbriger Sack übrig ist. Und trotzdem gucken das jedes Mal Millionen von Menschen. Und es werden Enthüllungsvideos und Statements veröffentlicht und Cancel-Aufrufe gestartet. Und am Ende geht alles weiter und Heidi verdient und verdient und verdient. Aber das ist mit jeder Fernsehsendung so. Das ist ja auch mit Popstars, Deutschland sucht den Superstar. Das ist ja alles das gleiche Elend. Und man findet immer wieder raus, dass alles nur gestohlen und gelogen ist. Sogar das bei Einstar holt mich hier raus, dass die nicht mal richtig im Dschungel sind, sondern einfach in so einem, ich will jetzt nicht sagen Ferienresort, aber das ist schon in so studioähnlichen Bedingungen wird das gedreht. Frauentausch, auch alles komplett gelogen. Bauer sucht Frau, alles gelogen. Und das läuft ja trotzdem seit 20, 30 Jahren im Fernsehen. Alle wissen das. Und es interessiert gefühlt offenbar niemanden. Es ist eigentlich natürlich, sie spielt ein gewagtes Spiel der Provokation. Und sie kommt immer wieder damit durch. Und sie weiß, wie gefährlich das sein kann. Ist dieser Stream auch gelogen? Good Food? Nein. Dieser Stream ist wahr, so wie unserer beider Liebe aufrichtig ist. Aber es scheint sich zu lohnen. Aber irgendwann muss auch ihre sehr lange und sehr, sehr erfolgreiche Karriere zu Ende gehen. Und das will sie natürlich mit aller Kraft verhindern. Und Heidi weiß, wie sie das kann. Denn sie hat bereits dafür gesorgt, dass die Dynastie eine Thronfolgerin bekommt. Ob sie das will oder nicht. Nice. Herzlich willkommen auf der Bühne, Heidi 2.0. Cool, eine Monarchie. Geil. Die verklagt übrigens auch jeden, der aus diesen Germany's Next Top Model Verträgen ausbrechen will. Du kriegst da von ihr, ich glaube ihr Vater arbeitet da im Hintergrund, kriegst du so richtig einen saftigen Knebelvertrag. Na, schon vor der Sendung. Für den Fall, dass du nachher mal berühmt wirst. Und dann wirst du erstmal komplett ausgezutzelt wie eine Weißwurst auf dem Oktoberfest. Und wenn du auch nur ein Sterbenswörlchen darüber redest, dann wirst du in Grund und Boden geklagt. Junge! Parabelritter! Kannst du bitte mal deinen Sound normalisen? Holy motherfucking shit! Das ist ja eine schlimmere Mische als damals bei Zecke auf dem Wagenplatz. Laut Forza kennen 96% der Deutschen Heidi Klum. Sie ist hier so bekannt wie Jesus. Und zumindest in Ostdeutschland vermutlich sogar beliebter. Habt ihr euch jemals gefragt, warum wir regelmäßig von Heidi Klum hören, obwohl es uns rein gar nicht interessiert? Also geht mir zumindest so. Das wollte ich für dieses Video herausfinden. Wisst ihr, was für ein richtig tolles... Meine wunderbaren Ohren! Leiert aber nicht so, du leierst dafür, Reshader. Und zwar wie so ein altes Fahrrad, das man aus dem Fluss gezogen hat. Deutsches Wort ist Familienunternehmen. Das ist so kuschelig, das ist so heimelig. Qua Definition ist aber auch Volkswagen ein Familienunternehmen. Und wie ist das doch gleich mit den Uiguren, Volkswagen? Also wir können uns auf diese Definition jetzt nicht richtig verlassen. Also kuschelig ist da nichts. Aber gerade hier sehe ich eine sehr komische Verbindung zu Klum. Auch hier ist Serienproduktion das Ding. Gut, jetzt ist hier aber zur Abwechslung mal nicht die Serie das Gespräch schlechthin. Nein, es geht um etwas anderes. Ich persönlich war betroffen. Ich war am Wochenende in der Innenstadt unterwegs. Ach ja, gut, das wird es gewesen sein. Hier hängt auch ganz unangenehme Plakate von ihrer halbnacken Tochter an den Litfaßsäulen und auf dem Weg zur Grundschule. Nice. Ist doch schön. Mutter und Tochter hört zusammen. Immerhin beantwortet das so ungefähr die Frage, die ich im Kopf hatte, ob die überhaupt schon 18 ist. Aber obviously ist trotzdem irgendwie ein bisschen weird. Ich habe da aus meiner RGB-Kinderzimmer-Wohlfühl-Atmosphäre so gewisse Bedenken, was da die Selbstbestimmung angeht. Und sah diese Werbung hier, ne? Und meine Reaktion darauf war, verstört heil. Das ist Hurigkeit, genau. Möglicherweise liegt es daran, dass ich Heidi Klum mittlerweile eher als eiskalten Overlord wahrnehme und Darth Vader in Unterwäsche. Okay, also ist das wirklich Heidi Klum oder ist das einfach nur irgendein Fetisch-Ding, wo sich jetzt 20% meiner ZuschauerInnen sagen, ach ja, komm mal her, also ja, Mami, genau da ist es, ne? Ich sicherlich auch verst- Neuer Kink. Also bei Pornhub so eingeben. Darth Vader Leather Dörnwörter Mami Darth Vader Female Leather Porn Bondage Lingerine Oder? Aber es war etwas anderes. Ich konnte es nicht so richtig in Worte fassen. Und dann habe ich festgestellt, dass es scheinbar sehr vielen so ging wie mir. Wie ging es euch denn, als ihr das zum ersten Mal gesehen habt? Und es erschienen eine Reihe von Pressebeiträgen zum Thema. Und die, Leute, die hatten es in sich. Jung Die Übergänge, bist du leiser? Ganz kurz, worum ging es eigentlich? Nun, es gab ein Shooting in Unterwäsche mit Mutter und Tochter. Das wurde jetzt Anfang Mai für eine Unterwäschemarke ausgespielt. Moin, alle kleiner als drei. Moin, dir, Moin, danke schön. Das Hauptmotiv Mutter und Tochter in Dissou Sets. Und auch gerade in Verbindung mit Muttertagswerbung. Ich finde das weird, dass die Kleine, also ihre Tochter, hier noch diese Süßigkeiten an den Klamotten hat. Siehst du das hier? Das sind diese Kaubrause-Drops-Dinger. Die gab es früher auch so als Halsbänder und Armbänder und so weiter. Dass nur sie das trägt, untermalt ein bisschen zu sehr das Kindliche. Ist das ausgespielt worden auf Social Media? Toxic Lolita, ja, so ein Scheiß, ne? So gerade mal 18, guck mal hier. Vorgensweise eben auch als analoge Werbung in den Innenstädten. In den Instagram-Kommentaren findet sich viel Kritik. Das Motiv sei befremdlich und billig. Und die Mutter, die würde ihre Tochter für den männlichen Blick inszenieren. Olle Wetter. Genderforscherin Stevie Schmiedl schreibt im Spiegel. Aber vor kurzem war es mit einem Typen angefangen, der nen Papi kinkert. Im Sinne von kleine Hunde? Das muss man, glaube ich, schon mögen. Weird, okay. Meins wäre es nicht. Heidi Klum posiert mit Leni für eine Dessous-Marke. Das lässt schaudern. Eine Mutter, die sich mit ihrer Tochter auf diese Weise verkauft, erinnert an archaische Zeiten. Das ist Fundamentalkritik. Sie beschreibt es so. Händchenhaltend, lassiv, die Brust vorschiebend und halbnackt. Mutter und Tochter als Verführungsduo. Wobei Mama Klum gemäß grient und das Töchterchen altersgerecht mit Duckface schmollt. 2020 zeige Klum ihr damals 16-jährige Leni mit Küsschen auf die Wange der Welt auf dem Cover der Vogue. Jetzt zeigt sie sie in Unterwäsche und hält sie dabei mütterlich, freundschaftlich oder verspielt sinnlich an der Hand. Wir sehen zwei Frauen, die zusammen Erotik ausstrahlen. Diese Vermischung ist es, die befremdet. Das Händchenhalten weckt verschiedene Assoziationen. Neben Mutter-Tochter-Rollen kommen auch Freundinnen oder Erotik-Spielinnen in Frage. Hat er jetzt auch gerade ein bisschen so vorgelesen wie aus so einem literarischen Quartett. Aber ja, da schwanke ich jetzt ja auch. Da habe ich jetzt ja gar keine feste Meinung. Eigentlich will ich ja immer sagen, jeder so wie er es gerade für richtig hält. Aber es gibt auch immer so Ecken, wo ich mir denke, weiß ich nicht, Digga. Ob das jetzt so die beste Idee ist, deine Tochter der Welt zu präsentieren. Ich finde im Grunde Sexismus. Zumindest findet das die Glamour. Ja, liebe Freunde. Ich habe für die Recherche zu diesem Video die Glamour gelesen. Danke, Alex. Es ist jetzt nicht so, dass mich Mode komplett kalt lässt. Ich habe auch vorher ab und an vielleicht einen Artikel in der Glamour mal gelesen. Also ich würde es jetzt nicht so darstellen, als ob ihr wisst, was ich meine. Ich sage es, wie es ist. Jetzt mache ich mir mal ganz kurz an, Herr Ritter. Ja, so sehr ich ihren feinen Zwirn ja auch appreciate, inklusive des neuen blau gestrichenen Wandbehangs. Aber die Hawaii-Hemden-Zeit ist halt die Zeit, die eigentlich wirklich am kultigsten war. Dieser formale Anstrich des ehemals Bourgeoisen, sich jetzt quasi in herrschaftliche Klassen erhebende, gezwirnte Anzug-Mobiliar ist gar schmückend. Und allerdings ist es doch die Profanität des Hawaii-Hemdes, das uns zu Bourgeoisen macht, quasi schon pauperistisch ineinander vereinigt, oder? Du magst Heidi Klum? Ich finde Heidi mich nicht. Hä? Du magst Heidi Klum? Ich finde Heidi dumm. Frag mich nicht warum. Ah ja, gut. Ich bin ein Riesenfan von Heidi Klum. Ich glaube, ich habe das jetzt schon mehrfach zum Ausdruck gebracht. Jedenfalls in der FAZ hieß es dann auch zu dieser Ad, mit der älteren Frau neben sich wirkt sie deutlich jünger, mehr Lolita denn erwachsen. Zudem macht allein die Anwesenheit der Mutter aus einer jungen Frau ein Kind. Sorry Heidi, ausgerechnet kurz vor dem Muttertag, aber wer sein Kind nicht vor lüsternden Blicken schützt, sondern es nahezu nackt auf dem Präsentierteller serviert, macht sich selbst zur Puffmutter. Gibt es denn Leute, die sagen, ja geil? Gibt es da irgendwelche Stimmen, die sagen, ey, finde ich total toll, dass ihr das so durchzieht? Zur Puffmutter ist auch schon... Boah, weiß ich nicht, ne? Weiß ich jetzt echt nicht. Das ist natürlich auch eine sehr schwierige Einschätzung, weil Leni volljährig ist. Um mal die Position der Glamour zusammenzufassen, die Kritik impliziert, dass Frauen sich nur für den männlichen Blick in ansprechenden Dessous kleiden und zeigen. Ist mir egal, ja, mir am Ende des Tages auch so ein bisschen. Ich habe da jetzt keine solide Meinung zu. Ich finde es ein bisschen weird, aber es gibt auch manchmal Sachen, die ich einfach noch nicht verstehe. Auf der anderen Seite finde ich es ja trotzdem, weil ich es weird finde, auch irgendwie, ich verstehe es nicht. Ich glaube, das ist meine Meinung, ich verstehe es nicht. Und wie immer muss ich eigentlich sagen, ich finde beide Seiten durchaus valide. Heidi hat mal wieder, man muss es so sagen, gut gespielt. Denn ja, diese Kampagnen funktionieren, weil sie diese archaischen Gedanken ansprechen und sind natürlich an sich schon rückschrittlich. Auf der anderen Seite hat natürlich jede Frau das Recht, sich so darzustellen und damit auch noch Geld zu verdienen. Man kann... Hold... Hold... Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Ähm... Ja, da bin ich tatsächlich ziemlich bei ihm, was die Meinung angeht. Man kann diese beiden Punkte angreifen, aber auch verteidigen. Die Kritik dreht sich im Kreis um sich selbst. Denn unsere Gesellschaft mag hehre moralische Vorstellungen haben, aber wir haben dieselben Gehirne wie in der Jungsteinzeit. Ich weiß, es heißt Gehirn, aber es klingt sehr seltsam, das so auszusprechen. Gehirn. Bobt mich nicht schon wieder. Es heißt nicht Gehirn, es heißt Gehören. Wenn man das in Betracht zieht, darf es eben nicht passieren, dass diese Kampagne als moralisch integer dargestellt wird. Und das macht die Glamour. Das ist eigentlich mit Grabenkampf, gibt es Staffel 1 bald auf DVD. Ähm, es fällt mir schwer, aber ich werde euch jetzt mal ganz kurz mit einem Thema vertraut machen. Und zwar mit Siegmund Freude. Ich meine, nein, ich meine eigentlich Fake. Stepmom ist immer wieder Platz 1 der... Ah, die, diese, diese Plattform. Ja, ich glaube, es ist... ...meist gesuchten Begriffe auf US-Seiten. Stepsister, Platz 3. 16 der Top 100 Suchbegriffe auf einer einschlägigen Seite sind auf dieses Thema bezogen. Wenn man aber auch in der Leiter stecken bleibt von dem Hochbett, ne, was willst du denn dann machen? Dann rufst du natürlich auch um Hilfe. Das schrieb Seth Stephen Stavidovitz in seinem Buch Everybody Lies. Und mit dem Wissen, was im Geheimen in den Köpfen vieler Männer aber auch... Ich hatte ein bisschen Angst, dass er mit Freud anfängt, ne. Weil Freud ist halt schon alleine als Person so umstritten. Den finden eigentlich nur Tiefenanalytiker gut. Und alle anderen... Frauen, denn da sind es zwar nicht 16, sondern zumindest 9 von den Top 100 Begriffen. Was in den Köpfen vorgeht, kann man dieses Bild einfach nicht als harmlos wahrnehmen. Die Realität spricht etwas anderes. Wir wollen es nicht wahrhaben. Ich sehe das Problem eher bei den Männern, die die Frauen in BH sofort mit Pornos assoziieren. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Die, die da jetzt ein großes Problem draus machen oder die eine Gefahr darin sehen, das kommt ja daher, weil irgendwelche Väter und so das sehen und sagen, oh, das mache ich mir aber hier in Finschau. Du krieg mal hier in die... Ne? Also, uah. Ganz dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt. Und es ist moralisch natürlich absolut falsch und auch traurig. Aber nur, weil es traurig ist zu sagen, es wäre nicht wahr. Naja, das wäre irgendwie auch schädlich, oder? Man kann die Kritik an dieser Kampagne rückschrittlich nennen, aber... Martin Luther ist aber safe. Ja, ja. Er war halt Antisemit, aber das finden wir in Deutschland ja gut. Das habe ich ja auch schon mal in einem Beitrag zum Thema Nacktheit auf Social Media gesagt. Wir treten viele positive Entwicklungen für Körperbilder und so weiter und so fort. Die treten wir los, für die unsere Gesellschaft aber mehrere Generationen Entwicklung brauchen wird, um sie wirklich zu verinnerlichen. Und bis es soweit ist, müssen wir einfach mit dem Status Quo rechnen. Wir sind im Kopf noch nicht soweit. Jetzt zu sagen, Kritiker seien Sexisten, weil sie beweisen, dass sie ja immer noch so denken, ist halt dumm, weil die Gesellschaft an sich genau dort steht und die Kritiker darauf hinweisen. Ja, das ist sogar... Oh, das ist ein Punkt, in dem muss ich ihm recht geben. Also gerade wir, wir super progressiven Linken, wir sind ja bei solchen Themen immer schon Meilen voraus, wo andere Leute überhaupt erst anfangen, die Schuhe zu binden. Und tatsächlich ist das immer so ein Problem, finde ich, dass wir immer denken, dass der Wissensstand, den wir haben, dass alle anderen den auch haben müssten. Und den setzen wir dann auch immer voraus. Und dann wundern wir uns, dass Leute, die seit 20 Jahren vegan leben, mehr über Veganismus leben als Thomas, der seit zwei Wochen Vegetarier ist. Und dann sind wir immer total sauer auf Thomas, weil wir ihn einfach für eine barbarische Bestie halten, weil er irgendwie noch einmal im Monat Käse isst oder so. Das stimmt tatsächlich, die Gesellschaft ist ultra langsam, was Veränderungen angeht. Was jetzt nicht heißt, dass wir damit aufhören sollten, aber es ist blöderweise nichts, was über Nacht passiert. Und Heidi und andere diesen Effekt für Geld ausnutzen. Das mit Body Positivity zu verteidigen, wie witzlos, by the way, bei Körpern wie diesen, spielt ihnen in die Karten. Es ist Business, mehr nicht. Das ist nicht Familienharmonie oder ein politisches State. Wäre so schön. Ja, natürlich wäre das schön. Und ich finde es ja auch gut, Andi. Du warst gestern dumm. Natürlich bin ich auch jetzt dumm. Das ist es ja gar nicht. Mir wäre das ja auch lieb, wenn wir einfach morgen aufhören würden, Menschen wegen ihrer Abstammung. Irgendwie ins Meer zu werfen oder so. Das wäre ja echt toll. Aber realistisch gesehen hat man ja auch in meiner Jugend immer noch N-Bomben gedroppt. Das ist jetzt mittlerweile. Und man wusste auch damals eigentlich schon, dass es nicht okay ist. Und jetzt so 20 Jahre später kriegen wir das so langsam hin, dass die Mehrheit der Gesellschaft halt andere Begriffe verwendet. Das ist total dämlich, weil eigentlich müsste sich jeder sofort denken, ey, wir sollten jetzt halt zum Beispiel POC sagen oder irgendwas anderes, was halt nicht die N-Bombe ist. Aber dann gibt es Leute, die sagen, ja, das ist mehr bei Jahren. Ich mache ja so, wie ich das gelernt habe und so. Das ist irre, was so Prozesse, was das an Ewigkeiten braucht. Und dann kannst du ja sehen, wie weit wir dann mit sexueller Freiheit und Selbstbestimmung bei Frauen dann irgendwann sind, die noch bis Mitte der 90er Jahre legal in der Ehe vergewaltigt werden durften. Die Kampagne appelliert an die Fantasie einer unperfekten Gesellschaft und damit ist sie erfolgreich. Sorry. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass diese Kampagne kam. Die Kampagne... Ich meine es ja nicht beleidigen. Das ist ein Kompliment, ist das. Zu Intimissimi gab es nämlich bereits schon 2022 und sie wurde vor allen Dingen in den Staaten bereits damals stark kritisiert. Und auch damals gab es ein Statement von Heidi, dass es quasi jetzt eine Neuauflage zu dieser Aktion gab. Damit kann man zum Schluss kommen. Heidi instrumentalisiert sich, glaube schon, sehr bewusst selbst und stellt sich als Sexsymbol dar. Das ist die Nachricht verrutscht immer. Weil wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben. Dadurch verstärkt sich dieses bewusst und dadurch wird irgendwas in Richtung Selbstbestimmung der Frau zu machen. Das ist halt mega Panne. Heidi Klum gehört weggesperrt. Naja, weggesperrt, also würde ich jetzt auch nicht sagen. Also meinetwegen kann Heidi Klum alles machen, worauf sie gerade Bock hat. Die kann sich selbst so sehr sexualisieren, wie sie das gerade für richtig hält. Das ist mir vollkommen irre. Es könnte mir egaler nicht sein. Der einzige Punkt, den ich halt nicht einschätzen kann, den ich halt kritisch sehe, ist, inwieweit ihre Tochter da selbstbestimmt mitmacht. Ja, also das ist der Punkt. Dass es für beide Parteien vielleicht durchaus sehr erfolgreich war. Auch Soziologin Katharina Warda sagt, dahinter steht eine Werbeindustrie, die auch von der Provokation lebt. Das sind Profis, die wissen, was sie tun. Wir sprechen ja darüber. Leute, ich habe das Gefühl, vielen ist immer noch nicht bewusst, dass es bei Heidi und Leni Klum nicht um zwei irgendwelche Models geht, sondern um ein Imperium mit einer Königin und ihrer Thronerbin. Eine Biene. Heidi Klum mag eine Familienunternehmerin sein, aber es ist ein Wirtschaftsimperium. Apropos Imperium. Ich muss mal ganz kurz was in eigener Sache ansprechen. Ich spreche wirklich wahnsinnig selten meine eigenen Punkte an. Es könnte nämlich sein... Klar soll eine Frau selbstbewusst bestimmen können, aber Heidi nutzt ihre eigene Tochter ein, um aus dem Patriot Geld zu gewinnen. Die Tochter ist 18, sie ist sich den Konsequenzen noch gar nicht bewusst. Das weiß man ja am Ende auch gar nicht. Also ich möchte mich da ja auch gerne schützend hinstellen und sagen, die Kleine, die kann ja gar nicht absehen, was das für Folgen hat. Auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite wissen wir ja auch gar nicht, wie... Ich weiß ja nicht mal, wer das ist. Ich habe ja keine Ahnung, wie die drauf ist. Vielleicht ist die auch mega firm in dem Game. I don't know. Ich weiß es einfach nicht. Deshalb mache ich mir dazu, glaube ich, einfach gar keine Meinung, weil ich zu viel nicht weiß. Kommt jetzt Festivalwerbung? Wieso? Ach so, bei ihm. Ja, ich mache jetzt auch ein Festival. Dass ich im Juni nicht ganz so viele Videos schaffen werde, entschuldigt, tut mir leid. Das ist aber nicht so schlimm, weil ihr mich da nämlich theoretisch live und in 3D sehen könntet, also wenn ihr zwei Augen habt. Vom 15. zum 17.6. Naja, jetzt kommt Werbung genau. Fünf-Stern-Klang-Festival, 15. bis 17. was? 15. zum 17.6. findet... Moment, da gucke ich kurz mal in meinen seit heute gepflegten Terminkalender rein. Da habe ich nämlich angefangen, mir heute mal einen Kalender zu machen. Ich bin jetzt einer von den Linken, die ihren Tag planen. Zumindest die Wochenenden. Ja, da bin ich leider bei den Klubber-Twins an dem Wochenende, Alex. Da kann ich nicht. Da besuche ich meine beiden Freunde Paul und Klaus. Da bin ich leider schon verabredet an dem Wochenende. Das Wochenende drauf ist auch schlecht. Da ist Full Force. Vielleicht sehen wir uns ja da. Nämlich mein Festival Sternenklangstadt auf der Niederburg in Kranichfeld. Und so sieht das aus. Und so. Wo wir gerade bei Werbung sind, Greenfuss ist zu geil. Selbst meine Katze hat da Bock drauf. Mein Hund hat einmal eine komplette Portion Rührei aufgegessen. Dankeschön Sky für die 100 Bits. Was sind da für Bands? Wisions of Dentist kenne ich nicht. Tanzwut habe ich vor 15 Jahren mal gehört. Finde ich heute scheiße. Kenne ich nicht. Erkenne ich nicht. Waldkauz. Keine Meinung. Kenne ich nicht. 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 Na gut. Schade. Was soll Flang sein? Vielleicht ist es die Band, die Flunky Ball erfunden hat. Sido, ja. Genau. Sido wird dort auftreten. Sein komplettes Maskenalbum auf Latein. All der Rechnung gewesen. Und das meine ich absolut nicht positiv. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Heidis Karriere begann mit Model 92 von RTL. Teil der Jury war damals auch Thomas Gottschalk. Ja, er gilt bis heute als der Entdecker von Klum. Der internationalen... Bestimmt ein cooles Event für so Mittelalter Leute. Ja, wahrscheinlich. Also ich war ja noch nie dort. Keine Ahnung. Kann ich mir schon vorstellen. Das wird halt ein Mittelaltermarkt sein. Mit jeder Menge Gaukel-Gaukel und Funkel-Funkel und Feuer-Feuer und so. Und ab und zu kann man sich da mal ein bisschen besaufen und Musik hören. Vom Konzept her, wenn man das mag, hat man da bestimmt viel Spaß. Der Tatscher von Deutschland. Ah, hier, Heidi. Ja, da bist du ja. Ja, auch hier. Bei mir im Studio. Ja, meine sehr verehrten Damen. Der nationale Durchbruch war das 1998er-Cover der Bademoden-Sonderausgabe der Sports Illustrated. Für Heidi hat es also... Oder es gibt so ein altes Suppenrezept. Das alte Suppenrezept heißt Badezuber auf dem Mittelaltermarkt. Das ist ein altes Suppenrezept. Wenn du am Sonntag... Also ich gebe jedem von euch einen Fünfer, der mir ein Video schickt, wie er sich an den Badezuber stellt auf dem Sternenklang-Festival und einfach so ein Glas Badewasser aussäuft. Das darf aber seit Freitag nicht getauscht worden sein. Dann macht ihr die Heimreise aber auch komplett ohne Auto. Ein paar Jahre gedauert, bis sie auf den großen Magazin erschien. Eine Leistung, die ihre Tochter nicht bringen musste. Sie wird von Heidi als Erbin eingesetzt, aber dazu später. Mit ihrem Engagement als Victoria's Secret's Engel gehörte sie dann bald zu der absoluten Crème de la Crème, zu den Supermodels der 1990er Jahre. Im Hintergrund damals immer ihr Vater Günther. Ja, Manager und Leiter der Heidi Klum GmbH und Co. KG in Odenthal. Dazu gehörte dann auch die One 1 Management GmbH, das Modelgeschäft. Die Agentur hat dann exklusiv das Geschäft mit den Models von Germany's Next Topmodel übernommen. Karl Lagerfeld hat die Klum richtig schön durch den Dreck gezogen, hat sich geweigert, die als Model zu nennen, weil sie eigentlich nur im TV berühmt war. Aber so richtig Model war sie nie in Paris und Co., kannte sie keiner. Weißt du, im Endeffekt ist mir auch die Meinung von so einem Karl Lagerfeld so unglaublich egal. Weil so Modefuzzis, die leben ja auch meistens davon, dass sie möglichst polarisieren und einfach irgendeine komplett dekadente Meinung einfach in die Gegend ballern. Einfach ungefragt sind ja so Modemenschen Leute, die einfach immer polarisieren möchten, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Von daher ist es mir wirklich, wirklich, wirklich egal, was ein Karl Lagerfeld über eine Claudia Schiffer oder Heidi Klum sagt und so weiter, weil mich auch Heidi Klum nicht interessiert als Mensch. Überhaupt nicht. Und ich glaube, die interessieren sich auch nicht dafür, was ich über die sage. Karl war selber so ein kritischer Charakter. Ja, die Menschen haben einfach keine Bedeutung in meinem Leben. Zumindest von den Siegern. Die Methoden sind umstritten und in Medienberichten heißt es, die Models haben hier auch Knäbelverträge unterschreiben müssen. Und es hat sich auch in der Vergangenheit herausgestellt, dass nicht unbedingt die, die gewonnen haben, am Ende die größte Karriere gemacht haben. Heidi bemerkt. Manche Modemarken bringen 52 Kollektionen pro Jahr raus. Also eine pro Woche. Ja, Shein zum Beispiel. Also ich habe way back in the days, habe ich auch mal, das klingt jetzt wie eine Lüge, ne? Ihr glaubt es mir nicht. Ich habe way back in the days in Berlin, habe ich auch mal nicht im Modegeschäft gearbeitet, sondern in der Modewelt von Berlin habe ich gearbeitet. Glaubt ihr mir nicht, ist mir egal. Und da hatten wir es so, da hatten wir eine Sommerkollektion, ganz wild. Die kam im Sommer und wir hatten eine Winterkollektion und die kam im Winter. Heutzutage vollkommen ausgehebelt das System. Vollkommen ausgehebelt. Es gibt einfach jetzt so Marken wie Shein, werfen mittlerweile pro Tag mehrere hundert neue Pieces einfach auf den Markt. Die haben zehntausende Artikel einfach im Katalog, die immer verfügbar sind. Die ballern und ballern und ballern und das wird so billig zusammengenäht, dass das Blut noch nicht mal getrocknet ist von den kleinen Kinderhänden, bis die Scheiße in Europa ist. Man merkt es dann relativ schnell, dass sie auf den Laufstegen es nicht schaffen würde und wurde einfach zu einem Medienmogul, einer Mogulin. Heidi moderierte das Pro-Jet-Honray, eine Castingshow für Modedesigner, Making the Cut für Amazon, America's Got Talent und natürlich Germany's Next Topmodel. Klum ist auch in den USA mit einer Reihe eigener Firmen vertreten. Die Heidi Klum Company LLC mit Sitz am Broadway in New York. Da gehört die Kosmetikmarke Heidi Klum Shine Blue, die Unterwäschemarke Heidi Klum Intimates. Bademoden gab es von Heidi Klum Swim. Die Modemarke Truly Fashion bei Heidi Klum. Sie hatte Werbeverträge 13 Jahre lang mit Victoria's Secrets, mit Katjes, mit der Schuhmarke Birkenstock, H&M, New Balance, Douglas. Ich nenne das Douglas. Der Gründer war, glaube ich, auch Schotte, ja. Otto Douglas. Ich mache mich jetzt wieder unbeliebt. Ich sage, wenn ihr in einen Douglas-Laden geht, verachte ich euch. Menschen, die freiwillig in einen Douglas-Laden gehen, sollen Abstand zu mir nehmen. Abstand, Digga. Ich sage Abstand. Ich kriege schon, wenn ich irgendwann mal in einer Innenstadt bin, und das kommt selten vor. Ich kann diese Douglas-Läden, die kann ich so Sniffer-mäßig, kann ich die auf drei Meilen Entfernung riechen. Diese Läden, die stinken von außen wie von innen. Ich weiß nicht, wie die Leute, die da drin arbeiten, das mehrere Stunden aushalten. Aber diese Läden stinken abartig nach Parfüm. Bekommen dann Kotzen? Ich bekomme so ein anderes Gefühl. Kennt ihr das, wenn man so Samt anfasst und man bekommt so keine Luft? Das passiert mir, wenn ich an einem Douglas vorbeilaufe. ...VW, Coca-Cola und McDonald's übrigens fünf Jahre lang und Lidl. Und Forbes listete Klum 2011 auf Rang 83 der World's 100 Highest Paid Celebrities mit einem Jahreseinkommen von damals läppischen 20 Millionen US-Dollar. Und sie schrieben damals, Klum ist vom Model zum Mogul aufgestiegen und 2020 waren es dann laut Forbes schon 39,5 Millionen im Jahr. Allein für eine Staffel von Germany's Next Topmodel soll sie... Ich habe immer das Gefühl, ich würde Deo einarten. Also irgendjemand hat hier gerade noch Lush gesagt. Lush zum Beispiel finde ich persönlich nicht so schlimm. Lush-Läden, abgesehen mal ein bisschen vom Greenwashing und sowas, die betreiben, also Lush-Produkte finde ich schon potenziell gut. Ich habe da auch seit Jahren nichts mehr gekauft. Seit fünf oder sechs Jahren locker nicht. Aber Lush-Läden finde ich, da ist mehr das Personal anstrengend als die Produkte. Sie eine Gage von 10 Millionen Euro kassieren. Sie hatte Gastauftritte bei Der Teufel trägt Prada, bei Sex and the City oder bei How I Met Your Mother. Leni ist übrigens die Tochter, die sie mit dem damaligen Formel-1-Manager Flavio Priatore hatte. Das ist echt so ein 90er-Thema, ey. Und dass ich hier so von Imperium spreche, das hat schon seinen Grund. Es kommt einem hier nämlich so vor wie bei Game of Thrones. Nicht nur wegen dieser Werbekampagne mit Intimissimi, wenn ihr versteht. Der Thron braucht eine Erbin und glücklicherweise ist Heidis älteste Tochter Leni Klum jetzt alt genug, um in ihre Fußstapfen zu treten. Sie hat ihre Model-Karriere jetzt gestartet und war schon auf mehreren Magazin-Covern zu sehen, darunter War die nicht mal mit Ziel verheiratet? Erstens identifiziere ich mich als Mann, zweitens war ich in meinem Leben noch nie verheiratet. Das reicht. Die deutsche Vogue. Was ein guter Einstieg ist ins Geschäft, würde ich sagen. Ich kaufe mir jeden Morgen eine Badebombe von Lush in den Café. Den machen wir auf dem Festival, machen wir das dann. Da nehmen wir einen großen Bottich Weißwein, schmeißen eine Badebombe rein von Lush und noch ein paar Packungen Ahoi-Brause und dann geht es aber ab in Moshpit danach. Du kannst aber wissen, dass wir komplett quirlig, querulant bei Eskimo Callboy uns komplett verlieren werden. Also auch die Besinnung verlieren werden. Man hat das Cover mit der Mama gesehen, die direkte Verbindung, das bekannte Gesicht mit dem noch unbekannten Gesicht, den Staffelstab, der da übergeben wurde. Das ist, Leute, Nepotismus in seiner natürlichen Umgebung. Gott sei Dank sind es keine Politikerin. Man könnte sagen, Leni hat mit ihren 19 Jahren schon einiges Großes erreicht, vermutlich aufgrund ihrer unglaublichen Erfahrung. Lash Badepompe in die Goldie-Eis-Degieskanne. Oh, das ist eklig. Was ist Lash? Lash ist so ein Seifenladen. Ich glaube, die haben auch Kosmetik und so, aber ich glaube, man assoziiert das meistens mit Seife. Das ist so super bunte Bio-Seife. die haben auch viele vegane Produkte, glaube ich, aber machen halt auch so ein bisschen Greenwashing, wie so ziemlich jede Firma heutzutage. Hier heißt mittlerweile Electric Hallboy. Habe ich den alten Namen gesagt? Das wollte ich nicht. Sie hat bei der digitalen Berlin Fashion Week 2021 Entschuldigung, es war keine Absicht. 20 ihr Laufstück-Debüt gegeben, war Gastjurorin bei Germany's Next, Topmodel 2022, hat schon ihre eigene Modekollektion bei About You, allerdings scheinen die nicht so gut zu laufen, weil da irgendwie alles preisgesenkt ist. Egal. Anyways, so langsam ist das Thema Heidi Klum durch. Die Stimmen ihr gegenüber in Deutschland werden auch immer kritischer. Es braucht ein frisches, es braucht ein neues Gesicht und glücklicherweise ist da gerade eins erwachsen geworden, das man eben für Werbekampagnen auch nutzen kann. Gerade noch im Tandem und demnächst hoffentlich auch alleine. Also hat nicht ganz so gut funktioniert bei About You scheinbar, aber das wird alles noch. Unabhängig davon, ich muss euch auch kurz mal, es geht jetzt überhaupt nicht ums Video, aber den Tipp gebe ich euch trotzdem mal für umsonst mit. Und zwar der Vorteil eines Vollbarts, also wenn der, wenn der vor allen Dingen, wenn der, wenn der länger ist, so wie bei mir, lass mich kurz was erzählen. Sobald euer Bart lang genug ist, dass quasi euer Hals nicht mehr als solcher zu erkennen ist, könnt ihr euch endlich sparen, diese Haare hier weg zu rasieren. Na, das was Alex hier notgedrungen machen muss, um schneidig auszusehen, das sind die ekelhaftesten Haare, weil die immer anfangen zu jucken und zu schwitzen und keine Ahnung. Wenn der Bart lang genug ist, dann lasst einfach, lasst einfach stehen. Das sieht keine Sau mehr. Wenn euch beim Barbier, der hat mir angeboten, das gerade zu machen, ich so, auf gar keinen Fall. Macht das nicht. Das sind die schlimmsten Barthaare von allen. Diese hier, die Halshaare. Du scheinbar, aber das wird alles noch. Anyways, so wie die nächste Generation intronisiert werden soll, muss auch die letzte Weichen, die immer noch die Strippen in der Hand hält oder vielleicht irgendwie so ein bisschen noch mit rein funkt. Ob das gesamte Geschäftstalent ursprünglich von ihrem Vater Günther kam, da kann man nur spekulieren, da wird auch viel drüber spekuliert. Mittlerweile hat sie sich auf jeden Fall davon emancipiert. Günther sieht so ein bisschen aus wie so ein böser Zwilling von Sky Dumont. Stellt euch mal Günther Klum mit so einem weißen Cowboy-Hut auf und dann singt er zusammen mit zwei anderen das Lied aus der Super-Perforator-Werbung. Auf Crack, ja natürlich, der böse Zwilling halt, also der böse, böse Zwilling. Und wenn wir uns die Frage stellen, wie übel es anscheinend hinter den Kulissen abgeht, müssen wir uns mal den angeblichen Bruch zwischen Heidi und Papa Klum genauer anschauen. Pass auf, das wird jetzt alles ganz interessant. Im Oktober... Dank euch, Hakon Naitantama, habe ich mich endlich getraut, mir die Nägel zu lackieren. Ich liebe es. Meine Tochter übrigens auch. Danke euch. Ey, gern geschehen, Alter. Ich bin, ich glaube, ich bin back im Nagel-Game seit so zwei Wochen oder so. Ich finde das auch mega. Cool, wenn das andere Leute inspiriert, das mitzumachen. Und vor allem, ey, wenn du eine Tochter hast, dann lass dir von deiner Tochter die Nägel machen. Das ist das Allerbeste. Das sieht ein bisschen wild aus. Aber dagegen sind auch ein bisschen wild aus, aber gönnen die ja. Viel Spaß damit. 2019 hat Heidi Klum die Heidi Klum Germany GmbH, also HK Germany GmbH. Deutschland GmbH? Hm. Suspekt. Mit Sitz in Berlin gegründet, wo sie alleine die Geschäftsführerin ist. Und laut Handelsregister-Eintrag könnte die damit jedes Produkt vertreiben, das Heidi bisher so vertrieben hat. Möglicherweise um Geschäfte von ihrem... Was würdet ihr vertreiben, Chat? Wenn ihr was vertreiben könntet, was würdet ihr vertreiben? Noch 28 Minuten? Einen saftigen Zehner? Oha. Gut, Schlafgraf. Ich habe da einen Cheatcode, wie man den saftigen Zehner auf wahrscheinlich zehn Minuten abkürzen kann, aber ich sage es dir nicht. Vater abzuziehen oder unabhängig von ihm in Deutschland durchführen zu können. Das ist interessant, weil es scheinbar seit 2019 nur noch wenig Kontakt zwischen ihr und ihrem Vater gibt. Er war wohl nicht einmal zu ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz eingeladen. Oh nein. Oh nein. Eine... Das muss ich jetzt mal ganz kurz das Nähkästchen aufplaudern. Ich fahre ja dieses Jahr zum Highfield und auf dem Highfield spielt dieses Jahr Tokio Hotel. Das werde ich mir schon angucken. Das werde ich mir schon reinziehen. Also ich glaube, so 25 Jahre nach durch den Monsoon bin ich bereit für mein allererstes Tokio Hotel Konzert und ich glaube, das wird prinzipiell lustig. Ich kenne auch eigentlich nur durch den Monsoon und kein anderes Lied, aber ich glaube, es wird voll sein von 30- und 40-jährigen Mettlern, die sich da gegenseitig komplett das Fressbrett zerkloppen. Ich glaube, das wird der brutalste Moshpit, bei einem Tokio Hotel Konzert aller Zeiten. Ich glaube, nicht alle kommen heim. Ich sage es, wie es ist. Aber warum fand man denn, wir hatten gestern auf dem Discord hatten wir das Thema, warum fand man Discord, warum fand man Tokio Hotel eigentlich früher scheiße? Und wir sind dahin gekommen, dass wir gar nicht wissen, warum. Irgendjemand hat gesagt, ja, die sind halt scheiße, weil der Sänger damals halt feminin gewesen ist und das hat damals nicht in die Zeit gepasst. Dann waren die halt super beliebt. Wahrscheinlich haben sich auch irgendwelche toxischen Männer von diesem femininen Auftreten irgendwie bedroht fühlt und so weiter. Aber es gab niemals einen validen Grund, Tokio Hotel scheiße zu finden. Das haben einfach alle gemacht, weil das halt irgendwie cool war, weil die Jungs bisschen gender non-conforming aufgetreten sind, ja auch nur einer von denen. Der Rest war doch scheiße normal. Also die sahen scheiße normal aus. Der eine hier hatte noch so Kiffgraslocken, das war es dann aber auch. Die waren ihrer Zeit voraus, die waren dann halt in Japan und so waren die unheimlich Japan, USA und so, da sind die richtig durchgestartet. Aber in Deutschland war halt ein Junge, der sich schminkt, Grund genug, den Medial komplett zu zermobben. Tokio Hotel pusht sie ja nebenbei auch ganz gut, würde ich sagen. Und pass auf, im Jahr 2021 und jetzt wird es wirklich krude, entbrannte wohl ein rechtlicher Streit um die Markenrechte am Namen Leni Klum. Ihr habt richtig gehört, scheinbar hat Heidi Klums Vater Anfang des Jahres die Rechte am... Die waren halt wirklich musikalisch scheiße. Okay, dampft halt in dir, glaube ich es auch, wenn du die nicht gut findest, musikalisch. Aber ich glaube, die wenigsten haben damals solides Basiswissen gehabt, um das einzuschätzen. Also die waren halt, auch wenn die Musik nicht gut war, deiner Meinung nach, waren die halt immer auf Platz 1. ...namen seiner Enkelin erworben. Das klingt total nach einem Familienunternehmen, so nach dem Motto ihr gehört dem Unternehmen. Haha, aber er ist immer noch ein guter Opa. Eins in den Chat wäre hier auch dem Unternehmen gehört. Ich fand die Musik kacke und meine Schwester ging mir damit auf die Nerven, weil Fans ständig durch den Monsun. Ich werde bei durch den Monsun wahrscheinlich bereits den fünften Mord begangen haben oder so und mein kompletter Körper wird in Blut gehüllt sein und es ist okay. Und was glaubt ihr, was ihr zu ihrem 18. Geburtstag geschenkt hat? Genau, die Rechte an ihrem eigenen Namen. Ist das nicht richtig toll, Leute? Okay, wow. Luxusleiner, ich begrüße dich. Ich glaube langsam, wir müssen uns gar nicht fragen, ob Heidi Klum die Selbstbestimmung der Tochter in Gefahr bringt, weil wir müssen uns fragen, ob nicht Opa Günther das Schwein ist im Hintergrund überraschenderweise, dass wir das wir ein bisschen kritisch sehen sollten. 2021 beendete sie außerdem die Zusammenarbeit mit der Modelagentur ihres Vaters. Also die Models von Germany's Next Topmodel werden da jetzt nicht mehr hingeschickt. Wie geht es jetzt also weiter? Überhaupt nicht so laut, sehr gut. Die Solisimadel, gegenseitig gibt man auf sich acht. Die Privatsphäre ihrer Familie ist Heidi Klum wichtig gewesen. Paparazzi-Fotos von den Kindern mussten zu ihrem Schutz verpixelt werden. Auf Social Media zeigte Heidi Klum die Gesichter ihrer Kinder nieder. Sie weitaus weiter als die meisten Deutschen. Oha, Hackstock. Bekannter Kunde, oder was? Eltern auf Social Media habe ich das Gefühl. Und genauso gilt das auch für die Erfolge. Die Einzige, die in meine Fußstapfen treten will, ist meine älteste Tochter Leni. Und Leni sagte mal, Bill Kaulitz isst wieder Fleisch. Peter entzieht ihm den Titel des Sexiest Vegetarian. Wenn du ihn siehst, kannst du ihn auch vegan ziehen. Ja, klar. Der würde sagen, während des Konzerts würde er sagen, ey, du bist doch Harkon von Twitch. Komm mal auf die Bühne. Und dann sage ich, hey, Bill, lebst du eigentlich vegan? Und er sagt, nee, aber jetzt, wo du hier bist, habe ich es mir schon überlegt, ne? Go vegan, Freunde. Und dann am Ende siehst du die Tokio Hotel Fans, wie sie die nächste Bratwurstbude anzünden. Und alle go vegan schreien und das ganze Festival veganisieren. Und wer bei der neuen Ordnung nicht mitmacht, der wird auch vom Festival geworfen. Bis sich dort ein kleines autonomes Königreich gebildet hat, mitten in Sachsen. Das von militanten Veganern regiert wird und wo ich als Gottheit angepreist werde. Unsere Botschaft wird weitere Dörfer erfassen und immer mehr Menschen werden sich der großen neuen Kunde anschließen. Bis die Revolution nicht nur Sachsen, sondern ganz Deutschland überrollt. Dass sie ihre ersten Model-Anfragen bekam, als sie gerade 12 oder 13 Jahre alt war. Ihre Mutter habe gesagt, das sei zu früh. Bis 16 hat sie das unterbunden und ich muss sagen, das rechne ich ihr tatsächlich hoch an. Aber jetzt ist natürlich der Business-Mode switched on. Wobei, T-Online sagte sie mal, ich schaue von der Seite zu, feure sie an, passe auf, dass alles korrekt läuft und alle nett zu ihr sind. Sie ist erst 17. Da schicke ich sie nicht alleine dahin. Ich bin immer dabei. Das wirkt alles ganz anders als das, was bei Germany's Next Topmodel so abläuft, oder? Naja, dass sie bei Leni und anderen Models da mit zweierlei Maß misst, das ist klar. Aber dass sie es so deutlich ausdrückt, das verwundert mich dann jetzt doch, ne? Ich meine, nachdem man bei Germany's Next Topmodel anscheinend rausfliegt, wenn man nicht klingt super, könnte mir schlechteres vorstellen, um ehrlich zu sein. An Nacktshootings teilnehmen will. Gleich in der Bank und Währung. Ich werde dann die, die V-Mark werde ich dann einführen. Das ist alles, das erste, die erste vegane Währung. fragte sie dem People-Magazin, das sie ihrer Tochter mitgegeben hätte. Ich habe ihr gesagt, am Ende des Tages musst du mit dir selbst zufrieden sein und tu nichts, was du nicht tun willst. Unglaublich, menschlich geht ja auch. Ich bin komplett überrascht. Natürlich wissen wir jetzt nicht wirklich, ob das genau so war. Wir können aber auch nicht das komplette Gegenteil einfach behaupten wie Stevie Schmiegel im Spiegel. Darauf reimt sich ein Wort und ich bin sehr erwachsen gewesen, dass ich es nicht verwendet habe in diesem Video. Stark. Danke. Vielen Dank. Okay, Leute, nochmal ernst. Dass es hier nicht um eine gesunde Mutter-Tochter-Beziehung geht, sondern auch um Business. Das sollte Fidel, Bibel, Bibel, lobet den Herrn, Chat. Lobet den Herrn. Klar geworden sein. Kommen wir mal zu einem Fazit jetzt. Dass hier erneut ein Skandal aufgeflammt ist, wie bei jeder Aufregung um GNTM, das ist in Heidis Sinn. Was wie um Heidi und ihre Familie nach außen dargestellt wird, gerade im Zuge von Kooperationen und geplanten Shootings, das muss wie Firmenentscheidung gelesen werden. Denn auf dieser Ebene bewegen wir uns hier. Es hier in der Kritik so darzustellen, als würde Heidi Leni dazu zwingen, das kann man so nicht ableiten. Dass sie mit der Kampagne gezielt mit dieser Implikationen spielen, über die wir da vorhin gesprochen haben, ich möchte es jetzt nicht nochmal erwähnen, also das ganze Laszivo und so. Und dass das nicht einfach harmlos gelesen werden kann, halte ich für gesetzt. Ja, da bin ich soweit bei ihm. Ich glaube, richtig kritisch wird es erst, wenn Opa Günther zusammen mit der Kleinen auf dem Plakat ist, beide in Halbnackt, aber Gott bewahre. Leute, was soll ich sagen? Dass wir diesen Skandal hier auf diese Weise diskutieren, das beweist noch zwei Dinge. Die Darstellung normschöner weiblicher Körper funktioniert nach wie vor. Die Implikaturen, die durch diese Bilder eben verbreitet werden, werden den Effekt... Ich frage einfach kurz meine Freundin, was die davon hält. Die ist relativ schlau. Und dann übernehme ich einfach ihre Meinung. Für so fest Schlüssel denkst du, Fragezeichen. Und dann nehme ich einfach ihre Meinung und sage, das ist meine. Das ist auch super schlau. ... noch verstärkt haben und die Skandalisierung dieser Bilder wiederum tut ihr übrig ist. Und die Öffentlichkeit ist mal wieder ausgespielt worden. Und Medienmogulin Heidi hat es nicht nur geschafft, eine erfolgreiche Ad-Kampagne durchzuziehen oder um genau zu sein, mehrere. Sie hat es auch geschafft, Buz um ihre Tochter zu erzeugen. Nicht nur wurde sie von 0 auf 100... Meinungsklar auch noch. Ich höre Frauen zu. So. Moralisch überlegen. So. ... durch diese verschiedenen Kampagnen an der Seite ihrer Mutter bekannt. Es wird auch über sie gesprochen. Ihr Name ist jetzt... ist jetzt wirklich bekannt. Und andere Firmen werden das aufgreifen wollen und mit ihr etwas machen für die... Ich glaube, dass der Alex recht hat. Nur das... ... für die Kuh. ... Zukunft, was dann wiederum ihre Bekanntheit steigern dürfte. Und sollten ihr noch so ein paar... Also ich finde, dass der Alex da schon recht hat. Alex da schon recht, der Alex. ... in dieser Weise gelingen, dann kann sie es schaffen, ihrer Tochter den Weg zu ebnen. Und da es auch in den USA für Kontroversen sorgt, funktioniert es vermutlich auch da. Verstehen wir uns nicht falsch. Wenn ich ein Kind hätte, würde ich auch alles in meiner Macht stehende dafür tun, dass es in Zukunft einfach ein einfaches, gutes, sorgloses Leben hat. Die Methode ist das, was sie einfach verstört. Aber wenn ich eine Tochter hätte und die würde ihr erstes Date mit nach Hause bringen, würde ich den Typen erstmal mit einer Waffe bedrohen und würde ihm sagen, dass wenn er Scheiße baut, dass ich ihn erschieße und vergrabe und niemand würde ihn vermissen. Ich glaube, das ist die Art von Schutz, von der Alex auch gerade redet, oder? Ich meine, wenn man für McDonalds über Jahre Werbung macht, dann ist man für Geld wirklich bereit, so einiges an Damage an seinem Ruf einzustecken. Es bleibt auf jeden Fall spannend, denn Heidi hat mal wieder bewiesen, dass sie genau weiß, was sie tut. Genug mit diesem Exkurs in eine fremde Welt. Was ja Baste ist. Weil ich muss sagen, die gefällt mir nämlich nicht so richtig. Falls ihr in eine andere Welt kommen wollt, denkt dran, das Sternenklangfestival hat seine Tore vom 15 zum 17. Ja, da bin ich aber in Göppingen bei Paul und Klaus. Da kann ich nicht, Alex. Erst hör auf zu betteln. Beim ersten Mal war es okay, zu fragen, aber nach meiner breiten Absage nochmal zu fragen, bringt uns hier alle in eine unangenehme Situation. ...den sechsten für euch weit geöffnet. Kommt mich gerne besuchen. Was sind eure Gedanken zu dieser Ad-Kampagne? Sind die nur mir so aufgestoßen und diesen paar Leuten im Folleton? Oder geht es auch euch so als meine Zuschauer und Zuschauerinnen? Schreibt es mir dort unten in die Kommentare. Bis dann. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski, Herr Ritter. Na, das war doch ja ein schönes Video mit dabei, oder, Chad? Göttinnen. Okay. Hey, YouTube. Wenn ihr auch mal wie eine Göttin behandelt werden wollt, dann kommt doch auf Twitch vorbei. www.twitch.tv slash harkon. Dort wird euch Nektar und Ambrosia der Götter eingeflößt. Ja. Und bis dahin, macht's gut. Tschüssi Kowski.